So, da sind wir wieder. Ich habe mittlerweile Eisenrüstung mehr gemacht. Mehr habe ich auch noch nicht gemacht, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und wir brauchen jetzt noch ein bisschen Holz. Ja, scharf. Alles klar. Schwarzes Scharf. So, wir brauchen Holz. Da oben ist eine Spinne. Na, komm her. So. Holz brauche ich, damit ich mir Sticks machen kann für ein Eisenschwert. Und Holz brauchen wir ja sowieso immer. Das ist ja keine Frage, deswegen... Oh, hier haben wir schon alle Bäume weg. Okay. Müssen wir mal da hinten hin. So. Ich sammle direkt mal ein bisschen mehr, solange das hier ist, kann man das hier ausnutzen. Oups. So. So. So, und wenn wir dann besser ausrüstet sind, dann kann man die Welt mal ein wenig erkunden, vielleicht finden wir ja ein Dorf. So, machen wir erstmal den hier, machen wir den hier, jetzt habe ich das Eisen natürlich nicht dabei, ups. Ach, was mache ich denn hier? So. Machen wir direkt noch eins. Und, na gut, wir haben nur drei Steinspitze, die möchte ich hier nicht alle wegwerfen, deswegen machen wir hier... eine Axt, eine Schaufel, und das sollte auch erstmal genügen, das kommt da rein, da rein, das kommt auch da rein, die Holzbrette auch, Faden auch, eine Holzbrette kommt noch raus, dann mache ich nämlich noch eine weitere Kiste. So, dann machen wir mal das rein, der Holzschwert, ups, nein, du nicht. Ähm, ja, da behalten wir mal, vorläufig. So, ein bisschen Essen ist mir auch mal nicht verkehrt. So, dann gehen wir erst nochmal runter und gucken, ob wir nicht noch ein paar Rohstoffe finden. Ähm, war ich hinten schon soweit fertig? Ja, da war ich fertig. Und wir hier weiter. Hm, hier sieht das eigentlich auch ziemlich fertig aus. Oh, hallo. Und da haben wir schon eine Höhle gefunden. Ach ja, hatte ich hier mit Erde markiert gehabt, genau. Oh, hallo. Ui. Mit Lava? Okay. Machen wir mal dicht. So, Kohle zu mir. Oh, hier geht das auch ganz schön tief ab. Und wir werden dicht, bevor wir da runterfallen, dann sind wir nämlich tot. Und dann ist es schon vorbei hier. Und dann ist es schon mal gut, sonst könnte man hier runter. Schauen wir mal hier. Wundert mich, dass hier noch keine Monster aufgetaucht sind, aber na gut. Habe ich da hinten einen Ausgang gesehen? Ah, da haben wir schon einen Monster. Na, du kleiner Zombie. Oh, hey. Was tun wir hier? Komm her. Komm nochmal. So. Erstmal eine Fackel. Oh, hey. Oh, oh. Hallo. Oh, up. Ah, hier haben wir dann noch Kohle, okay. Ach, hier geht's noch weiter. Nein, doch nicht. Das Wasser, gut zu wissen. Ja, dann nehmen wir die Kohle mal mit hier. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir mal her damit. Geht. Und jetzt machen wir hier ein Skelett. Okay. Und jetzt nehmen wir mal her. So, das war die Kohle. Wahrscheinlich da hinten irgendwo eine Ecke. Yoda, hallo. Autsch, Autsch. Da geht's auch noch lang. Da mit Eisen. Hier wird auch ein Monster. Na, holen wir uns erstmal ein Eisen. So. Oh. Das war eine kleine Brücke. Hier überall Monster. Okay, hier ist erstmal Sensen im Gelände. Ich hab erst gesagt Ende im Gelände. Dann können wir uns hier wohl ein Eisen schnappen. Mein Gott, die Geräusche der Viecher, die machen mich wahnsinnig. Woah. Hallo. Und tschüss. So, hier aber noch mehr. Aber hier ist es schon wieder Ende. So. Und ich hab vergessen, wo der Ausgang ist. Ich glaub, den Ausgang markier ich mal. War das hier? Shit, das war nicht hier. Hier? Oh mein Gott. Na, hier ist die Lava. Oh mein Gott. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Oh mein Gott, wo ist der Ausgang? Dann sind wir noch Eisen. Ich möchte erstmal... War das hier hoch? Ich hab mir nichts mehr Kohle, ja. Vergessen aufzusammeln. Ne, hier haben wir das Wasser gefunden. Alter Schwede, wo ist denn jetzt? Ach, hier war glaub ich der Creeper explodiert. War das doch hier hoch? Muss ja. Warum hab ich hier die Kohle nicht mitgenommen? Ja, hier geht's hoch. Gott sei Dank. So. Hier machen wir alles voller Fackeln, damit man weiß, wo der Ausgang ist. Ja, das sollte man dann doch wieder erkennen. Warum hab ich die Kohle hier grad nicht mitgenommen? Bin ich so blind gewesen? Oder hab ich hier einfach nur einen anderen Ausgang gefunden? Ne, kann ja nicht. Muss jetzt mal überprüfen kurz. Ne, hier geht's hoch. Ja, okay. So, da oben kann man die Schlucht... Das Eisen hätte ich roh übersehen. Ja, meine Fresse. Kann man sowas übersehen. Das war eigentlich direkt in meinem Blickfeld. Muss mal runter. So. Haben wir alles, ne? Sieht zwar was gut, der Ausgang ist damit erst mal markiert. So. Hier auch. Hier auch. So, da wo die tausend Föckeln sind, müssen wir dann hoch. Da wo die tausend Föckeln sind, müssen wir dann hoch. Da wo die tausend Föckeln sind, müssen wir dann hoch. Da wo die tausend Föckeln sind, müssen wir dann hoch. Da wo die tausend Föckeln sind, müssen wir dann hoch. Da wo die tausend Föckeln sind, müssen wir dann hoch.